Ich bin Dominik oder Instincts.iLobby Ja What? Wie hab ich deinen Kill bekommen? Ja, wegen mir. Das war mein C4 Okay Hast du bis jetzt einen Gegner gesehen? Ich lauf um die Map und hab keine Kills Also den ersten Kill, den ich bekommen habe, keine Ahnung wie. Ich hab einfach geschossen und hab einen Kill bekommen Und jetzt hab ich halt noch zwei gesehen, die ich getötet habe. Oh no, ein Sniper ist ein Sniper, pass auf Der herglitscht da rum Oh, hier ist ein Scheißweg, wo ich langlaufe Oder auch nicht Ach, ich dachte das war ein Tomahawk, Alter. Oh, wär ich ausgerastet, man hätte mich jetzt getötet So, ich spüre es. Ich sterbe gleich auf jeden Fall Ja, das Gefühl kenn ich sehr gut. Wenn du einfach weißt, dass du gleich stirbst Das ist echt ein gutes Gefühl Das ist ein Sniper So, Blitzschlag am Start Oh, los komm schon, los komm schon, Schäpper, 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 Schäpper schon Komm schon Was?! Was?! Was? Nicht ein Kill, oh mein Gott Naja Ah, von deiner geht ab oder was? Lag. Lol, er ist lag bei mir. Du bist bei dir auf? Äh, nee. Oh mein Gott, er ist lag. Ich habe 1 Bar. Okay, das ist natürlich ärtzend. Sehr ärtzend. Ja, okay, ich habe wieder 4 Bar. Oh, was hätten wir... Okay, du führst mit einem Kill. Ach, dein Tarn-Heli. Nein, oh, ich war 2 vor... Bin tot. Was spielst du eigentlich? MSMC. Du? Nee, nee, ich meine Killstreaks. Ach so, ähm, Hellstorm, Blitzschlag und Tarn-Heli. Ja, ich spiel Blitzschlag, Tarn-Heli und Escort-Drohne. Okay, nice. Die Escort-Drohne habe ich auf jeden Fall schon. Ja, Schockladung ist nur tot. Wupp. Noch nicht. Teammate, geh weg. Oh, der geht in der Feine aber eigentlich ganz gut um mit der... Ja. Oh nein! No! So. Wupp. 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 So, Blitzschlag. Ey, wie wir deine Streaks einfach die ganzen Kills klauen, ey. Oh, Eifel Hellstorm tot. So. Wo spawnen die jetzt? Okay, habe ich Lack gehabt. Oh, das ist mies am Lacken bei mir. Oh. Ja, aber eben auch eine... Oh. Ja, komm, Alter. Ey, der Sniper von dem Camp wieder im Haus, ey. Was ist mit dem los, Mann? Alter, ich hasse jeden Sniper. Ich hasse sie einfach. Ja. Ja. So dumm zum Snipen, ne? Okay. Eins nur für mich. Du musst ausgleichen. Ja. Fuck. Boah, das AIM, Alter, so schlecht. Das geht auch eigentlich ganz. Ja, das erste Mal habe ich ganz schön verzogen. Das war nicht so gut. Wie kannst denn du die PDW spielen, Mann? Ich kann die gar nicht mit Schalldämpfer spielen. Die was? Die PDW. Mit Schalldämpfer geht bei mir zumindest gar nicht. Ja, keine Ahnung. Ich spiele so... Obwohl, mit langer Lauf und Schaft ist die, glaube ich, ganz geil. Vielleicht spielt die auch mal mit drei Aufsätzen. Ich glaube, das können die auch mal ausprobieren. Ich weiß, was in Fabio und Terry sind ein bisschen verkuppeln, oder? Was passiert jetzt? Der Fabio wie vorhin gehört in der Kegel, oder? Ich gehe wieder mit ihm. Ja, sie meinen, die sind ein bisschen orange ge... Also wir zwar, und... So, alle ist stumm. Was willst du spielen? Melton, oder Raid? Ich bin für Raid. Okay. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Aber mit Melton wird es kommen, ja. Okay, Melton ist eigentlich schlecht. Loadster, ey. Loadster? Nein, ich habe... Ich habe Loadster weggetan. Ich weiß nicht, ich finde... Ich weiß nicht... Loadster ist mir hier vielleicht sogar... ein bisschen zu... ein bisschen zu riskant. Ich habe jetzt doch den Loadster langgetan. Ich gehe jetzt doch auf Risiko. Okay, ja, gut. Wenn ich dann einmal auf Seite, dann müsste ich eigentlich mehr Kegelsam als du, aber ich denke... Ja, wenn du den bekommst, könntest du echt schlecht aussehen. Ja. So, ich spiele jetzt noch mit drei Aufsätzen. Schnelles Magazin, Schalldämpfer und Schaft. Auf der PDB? Ja, keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe nicht mal eine Secondary, glaube ich. Oder? Doch. Doch, habe ich. Aber ich spiele auch immer ohne Secondary. So mit fünf Perks und... Ja? ... und zwei Aufsätzen. Ja. Das bockt so viel mehr, finde ich. Ja, der Sniper kämpft wieder. Oha, es lebt Übels bei mir. Oha, was ist hier los? Ich kann so nicht spielen. Was ist das? So. Da ist einer. Da ist noch einer. Nice. Na, wo sind die jetzt, ist die Frage. Ja, in sechs gegen sechs, wenn ich so schnell den Überblick, das ist echt traurig. Ja, die Spawner und das... dem Deathmash, das wechselt viel zu schnell hier alles. Und die Skype kommt viel gekackt auf. Da hat er wieder ab. Ja, du scheinst echt Raum zu lenken. Obwohl, du hast hier noch bei mir drei Striche. Äh, vier. Ja, jetzt habe ich zwei Bar bei mir. Ey, komm, das geht gar nicht. Mann, da bekomme ich die Chance, mit Solution zu spielen und dann kackt mein Internet ab. Mann. Ey, ehrlich, ich weine gleich. Das tut mir echt leid für dich. Jetzt hast du auch zwei Bar bei mir. Ihr könnt euch das irgendwie zeigen. Ich laufe und ich werde wieder zurückgespult, sozusagen, oder zurückgeworfen. Das ist... Oh, Mann. Jetzt spiel noch mit Pumpen. Du bist am führen. Und wie? Ich pack das nicht mehr. Noch ist das nicht gegessen, aber wir haben fast keine Punkte. Das geht eigentlich noch. So viel zum... zum... Werbes-Slogin von der Telekom. Die haben das beste Netz, ne? Das ist klar. Ich koche für eine 32er Leitung und davon kommt ein Scheißdeck bei mir an. Das kenne ich aber auch. 16er Leitung und... es kommt 6 an. Oder 10, wenn es hochkommt. Oh, Mann. Mann, Alter. Mann, ich pack das nicht. Mein Internet ist so scheiße. Ich habe zwei... ...durchgehend im Spiel. Und die Gegner spielen auch mal wieder hier... ...der Wasch... Mann, Alter. Ey. Ey, die campen zu zweit dort in diesem... ...ein Haus dort, ganz außen links, da, wo du eben gestorben bist, ne? Ah, ich habe sie alle weggeholt. Ist okay. Ey, es geht echt nicht. Schockladung. Ey, es geht nicht. Es geht echt nicht. Sorry, Mann. Aber lad das nicht hoch. Ich bin nicht so schlecht wie jetzt in dem Teil. Ja, das tut mich selber, natürlich. Irgendwann mal, wenn meine Leitung mal hier will, dann lass auch... ...wenn du mal Zeit hast, dann lass einfach spielen, aber ehrlich, es geht nicht. Ja, jetzt läuft es wieder eigentlich, aber das Spiel ist schon fast vorbei. Es geht nicht. Wahrscheinlich. Ich kann dir vielleicht anbieten, dass du sowas auf meinem Kanal machen kannst, dass du mal mit mir mitzocken darfst oder so. Oha, ja. Das wäre so nice, aber dann schreibe ich dir, weil... Ey, mein Internet ist einfach... Ja, ja, klar, klar. Das können wir mal anders machen. Es tut mir leid, dass du jetzt hier verkackst, ey. Wegen deiner Verbindung. Aber kannst du mal machen, wenn ich mal irgendwie Get the Mo... Zockst du dann mit 3? Ich hatte es, aber ich habe es verkauft. Okay, okay. Black Ops 1? Ich könnte es dann ausleihen, wenn du willst. Ach, Quatsch. Ne, ne, ne. Jetzt können wir mal die Tage dann Black Ops 2 zocken. Dann nehme ich mal eine Runde auf. Können wir auch gerne machen. Okay. Das passt schon. Okay, gut. Ja, aber wenn du jetzt... Das ist echt traurig. Das können wir machen. Kannst du dann auch von mir aus deine Klangkollegen da einladen? Ja, okay. Wenn die auch Bock haben. Ja, weil guck mal, ich stehe negativ. Guck dir meine letzten Spiele an. Ich gehe eigentlich so normalerweise voll ab und es geht echt nicht wegen meinem Internet. Ah, das glaube ich dir. Ja, du hast ja auch ne 3er-KD. Das ist also... Ja. Also das glaube ich dir schon, dass du da nicht so spielst wie jetzt. Ey, das ist ein Scherz. Ey, ich bin ein von meinen Streaks, weil das Internet mal geht und dann kommt er mit der Pumpe, der Gegner. Ja. Ja, natürlich. Ey, die Flash-Knails sind auch gar nicht OP im Black Ops oder so, nein. Ne, ne, das finde ich aber auch, Alter, das ist richtig krank. Die sind vollkommen ausgeglichen hier. Und da hinten steht ein Geschütz, was auch gar nicht OP ist. Wir verlieren die Runde sogar noch, äh, noch trauriger. Ah ja. Was? Dieses Geschütz. Ja. War verloren. Okay, gut. Danke fürs Sinn machen. Tut mir jetzt ein bisschen leid für dich. Ja, ich weine es, ey. Ehrlich. Quatsch, du bist dann auf meinem Kanal zu sehen. Bis demnächst. Also, du kannst mir nochmal anschreiben und dann klären wir das ab. Ja, okay, gut. Das war's mit Folge 11, Jungs. War es leider ein bisschen eindeutig, aber was soll ich tun? Also, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Jo, ciao. Ehrlich.